In Finnland weht ein frischer Jazzwind. Eine der erfrischendsten neuen Formationen ist das Siddile Contemporary Collective aus Helsinki. Experimentierfreudig kreuzen die vier Musiker Stilelemente der zeitgenössischen Musik mit Jazz und ethnischer Musik und kultivieren dabei eindringliche neue Musikerlebnisse. Bass-Klarinettist Heki Nikola spielt im Philharmonischen Orchester der Stadt Helsinki sowie in verschiedenen zeitgenössischen Ensembles. Cellist Markus Hochti ist spezialisiert auf zeitgenössische Musik und Barock. Jazz-Gitarrist Temo Wienikeinen hat sich mit seiner lyrischen Ästhetik und seiner Virtuosität inzwischen auch international einen Namen gemacht. Bandleader, Komponist und Pianist Siddile war Anfang der 2000er Jahre mit seinem Jazzquartett Platypus Ensemble auch in Deutschland unterwegs. Was die vier Herren vereint, ist ihr Interesse an der Improvisation, am spontanen Ausdruck in der Wechselwirkung Miteinander, am Klang und Raum, im Hier und Jetzt. Im Vertrauen auf das souveräne Können aller Beteiligten überlassen sich die Musiker ihrer musikalischen Vorstellungskraft und der musikalisch-chemischen Reaktion in der jeweiligen Situation. Auf diese Weise entsteht immer wieder Neues auf einer Reise in unbekannte musikalische Gewässer. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Siddile Contemporary Collective präsentiert sich in jedem Konzert auf unnachahmliche Weise neu. Eles' Komposition Parameter Chart fungiert nur als rudimentärer Ausgangspunkt für immer neue Entwicklungen, so wie sie sich im spontanen Einfall anbieten. Das Debütkonzert vom März 2014 ist unter dem Namen Outer Space bei Satna Music auf CD erschienen und wird ab 2015 auch als Vinylschallplatte erhältlich sein. Mit Unterstützung der Music Finland Organisation wird die Band in den kommenden Jahren 2015 und 2016 im deutschsprachigen Raum unterwegs sein. Herzlich Willkommen zu einem unserer Konzerte. Untertitelung des ZDF, 2020